Im Juni diesen Jahres stürzte ein ca. 100 Kilo schwerer Betonblock von der Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Zepernick auf den Gehweg. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aber nun war es allen klar, hier muss saniert werden. Natürlich war die Sanierung durch die Deutsche Bahn schon lange geplant. Aber nun geht es los. Ein grünes Netz wurde mittlerweile gespannt, um die Fußgänger vor Steinschlag zu schützen. Natürlich wird es während der ca. 3-jährigen Baumaßnahmen zu Einschränkungen im Straßen- und S-Bahnverkehr kommen. Und einige Umleitungsstrecken wird es auch durch Wohngebiete geben. Ja, also die Brückenbaumaßnahmen stehen ja dieses Jahr und nächstes Jahr an. Das ist für Panketal natürlich eine sehr große Infrastrukturmaßnahme, auch wenn wir die jetzt Gemeinde nicht mit betreuen. Diese Brücke wird hier eine ganze Weile gesperrt sein. Die Brücke in Röntgenthal, in der Bahnstraße, wird teilweise gesperrt sein. Und die Brücke in der Schönheit in der Straße auch. Was man sagen muss, ist, dass die Deutsche Bahn diesmal eine sehr gute Kommunikationskampagne gemacht hat. Es sind sehr viele Freier verteilt worden in die Häuser, sodass alle genau wissen, wann welche Abschnitte gesperrt sind. Und uns lag auch in der Planung vor allem am Herzen, dass wir schauen, dass nicht unsere Hauptverkehrsradern alle gleichzeitig gesperrt sind. Denn die Bahn durchschneidet ja den Ort. Und wenn wir die Brücken alle zumachen, dann ist eine Ortshälfte von der anderen getrennt. Und da hat die Deutsche Bahn noch darauf geachtet, dass das nicht der Fall sein wird. Was noch wichtig ist, zu informieren ist, dass in Röntgenthal, in der Bahnhofstraße, die Brücke, weil die etwas breiter ist, fast durchgängig, zumindest einseitig, befahrbar bleiben wird. Es wird einige Wochenenden geben, an denen die Brücke dann komplett gesperrt ist. Aber dort kann man in den meisten Fällen durchfahren. Die Brücke in der Schönhörner Straße soll nicht gleichzeitig gesperrt sein, wie die hier in der Schönhörstraße, sodass auch dort ein Verkehr möglich ist. Die Bahn hat angekündigt, dass auch ein Bus-Shuttle gestellt wird, der hier auf der einen Seite dann hält und dann um die Brücke herumfährt, dass auch für die Fußgänger das Rathaus, was mir ja wichtig ist, auch weiterhin bequem erreichbar ist. Im Zuge der Sanierung wird auch ein neuer Zugang zum S-Bahnhof Zepanek gebaut, bei der sich die Gemeinde mit rund einer Million Euro beteiligen wird. Ja, auch wenn die Brückensanierung nicht zum Zehn-Minuten-Takt direkt führt, aber auch den Zehn-Minuten-Takt nicht verbaut, wird es eine konkrete Verbesserung geben für die Infrastruktur. Und zwar wird diese Wand hier verschwinden und es wird ein Durchbruch gemacht werden, sodass man von Rathaus direkt Richtung Zepanek-Rotz-Zentrum zu Fuß gehen kann, ohne dass dieses Gedränge, was hier häufig zu tragen kommt, gerade in den Stoßzeiten, dass das etwas entspannt wird. Ja, hier auf der anderen Seite der Brücke kann man sehen, dass so wie die Wand dort sichtbar ist, Dort wird dann der Durchgang sein, sodass sozusagen der Durchgang dann in der Flucht des bestehenden Geh- und Radweges ist, dass die Fußgänger dann auf großer Breite dann durch den Bahnhof durchgehen können oder natürlich so zur S-Bahn gelangen, dass es nicht mehr zu so beengenden Verhältnissen kommt wie morgens und abends in den Stoßzeiten. Am S-Bahnhof Röntgenthal haben bereits die ersten bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen. Es müssen Gas- und Stromleitungen verlegt werden, damit die Stahlbewehrung eingerammt werden kann. Die Brücke in der Bahnhofstraße ist die erste, die saniert wird, da diese im schlechtesten Zustand ist. An allen vier Seiten klaffen Risse und die angebrachten Siegel sind bereits gebrochen, was auf eine Bewegung des Bauwerkes schließen lässt. Auch die Brücke am Pfingstberg ist in einem sehr maroden Zustand. Auch hier rostet und brückelt es. Hier wird es eine Vollsperrung für Fußgänger und Radfahrer über den gesamten Zeitraum vom Januar 2019 bis März 2020 geben. Ein Zugang zum Naturschutzgebiet Faule Wiesen ist in dieser Zeit nicht möglich. Es wurde bereits begonnen, für die Bauvorbereitung einige Bäume zu fällen.